Wie gehen wir am besten mit der Spannung um, wenn wir bemerken, dass in der Kommunikation das Gegenüber nicht ganz ehrlich zu uns ist? Also ich denke, das ist gerade als Psychologe eine interessante Frage, ob das Gegenüber ehrlich ist oder nicht. Das ist oft nicht das Problem. Die Frage ist, bleibe ich ehrlich mit mir, bleibe ich in dieser Ehrlichkeit? Und wenn wir jemandem was fordern, so wenn ich von meinem Hund Gehorsamkeit fordere, oder brav sein, hast du das genannt, oder treue, das wünscht man sich ja, welcher Ehemann wünscht sich das nicht? Muss man schon sagen, aber es kommt gleich, wenn man den anderen versteht, dass man in eine Art Schuld hineinkommt. Wenn ich zu meiner Frau sage, Schatz, ich habe Hunger, dann versteht sie, dass ich Hunger habe, aber sie fühlt sich gleich auch verantwortlich und schuldig und sagt, oh, das Essen ist gleich fertig. Sie könnte genauso gut sein, ich auch, gehen wir was essen. Und das muss man lernen, dass man schaut, bis wohin geht denn diese Verantwortung auch und wo müssen wir lernen, die Verantwortung auch abzugeben und sie nicht in Schuld umzuwarten. Dass wir uns auch sagen, trauen, also Entschuldigung, super, dass du Hunger hast, ich verstehe es auch, aber wir können jetzt gerade nicht essen, wenn du essen gehen willst, müssen wir was bestellen. Dass wir uns auch trauen, die Verantwortung abzugeben und zwar ohne Schuld. Deswegen, ob der andere mir was vorschwindet oder nicht, der andere, ich muss ja auch bei Patienten, ich muss ja auch achten, selbst wenn wir die Geschichten von Star Wars erzählen, muss ich die ernst nehmen, das kann ich nicht beurteilen, ich kann auch jemanden nicht verurteilen, ob der mir was vorspült, aber ich muss mit mir im Reinen bleiben, dass ich sage, okay, das glaube ich jetzt aber nicht, zum Beispiel, oder dass ich sage, das ist mir jetzt aber relativ egal, ich muss mir treu bleiben. Okay, also man soll sich treu bleiben, vielleicht nicht nachgeben, wenn jetzt der eine Partner essen gehen will und der andere vor dem Fernseher bleiben, sollen die dann getrennt was unternehmen an dem anderen. Naja, das kommt ganz noch an, aber für die Mündlich erklären wir einander auch immer das Gefühl. Und wenn einer vom Fernseher sitzt und der andere möchte weggehen, dann wirft der dem anderen gleich vor und sagt, du liebst mich ja gar nicht mehr, du hast ja eigentlich gar kein Interesse mehr an mir. Und diese Art von Gefühlserklärungen sind wie eine emotionale Erpressung. Und darum geht es eigentlich nicht. Wenn die Ehe gut funktioniert, wenn einer vom Fernseher liegt und der andere geht gerne allein ins Kino, wir haben die Freiheit, warum sollen wir uns die gegenseitig nehmen? Aber wir beginnen uns eigentlich gar nicht mehr für voll zu nehmen, sondern wir sagen dem anderen, also das was du mir da zeigst, ist ja eine Frechheit. Bei den Kindern sieht man das ganz, ganz oft, wenn drei Kinder das gleiche Essen bekommen und einer hat ein bisschen einen Mangeldenken, dann sagt das eine Kind sofort, warum kriege ich gleich so wenig. Warum? Einer kriegt immer am wenigsten. Selbst der schlechteste Platz hier, einer hier am Saal wird wahrscheinlich den schlechtesten Platz haben. Aber es ist gar nicht so schlecht, das macht nichts. Die Welt geht nicht unter. Und das ist die Frage, müssen wir uns, selbst wenn wir einander verstehen, müssen wir uns abwerten, müssen wir dem anderen gleich sagen, naja, das ist aber wirklich wertloser Platz dann. Nein, ist es nicht. Es ist genauso gut wie der hier. Okay, daher, oder die Dame mit dem schlechtesten Platz steht kurz auf.